Hallo und herzlich willkommen. Wir möchten Ihnen heute in Kürze ein Persönlichkeitsmodell vorstellen. Dazu lernen Sie vier Personen kennen, die derzeit zusammenarbeiten. Die vier haben gerade ein Teammeeting. Emma erzählt optimistisch und enthusiastisch von ihrer kreativen Idee. Mike nennt die Fakten und berichtet die Pros und Kontras der Vorgehensweise. Silke hört zurückhaltend zu und meldet sich nur selten zu Wort. Jochen ist begeistert und möchte sofort loslegen. Silke bemerkt, dass Mike noch nicht so begeistert ist. Mike ist noch skeptisch und möchte die Idee erst genauestens prüfen, bevor er eine Entscheidung fällt. Jochen ist genervt. Er ist der Meinung, dass genug abgewogen wurde. Die Idee von Emma soll am besten sofort umgesetzt werden. Alles andere kostet doch nur unnötig Zeit. Er ist ungeduldig und will die Angelegenheit sofort klären und eine Entscheidung treffen. Dieses Szenario kommt Ihnen vielleicht bekannt vor oder Sie können sich zumindest hineinversetzen. Was ist Ihre Meinung? Sollten die Dinge direkt angegangen werden oder ist es vielleicht besser, noch einmal alles sorgfältig zu überdenken? Hier gibt es keine richtige Antwort. Warum, wollen wir Ihnen näher erklären. Wir selbst sehen häufig unser persönlich präferiertes Verhalten als richtig an, obwohl es kein richtig oder falsch gibt. Je weiter unsere Ansicht von der des Gegenübers entfernt ist, desto mehr nehmen wir die Meinung oder das Verhalten des anderen als komisch Wieso? Weil jeder Mensch eine andere Wahrnehmung hat, eben einen anderen beziehungsweise seinen eigenen Blick auf die Welt und die Dinge. Man könnte auch sagen, jeder Mensch tickt anders. Das ist auch der Grund, warum wir uns unterschiedlich verhalten. Dies macht ein Miteinander nicht immer einfach. Kann es denn einfacher werden? Ja, dazu müssen wir verstehen, wie wir selbst und unser Gegenüber ticken. Aber wie? Mit der Hilfe des Vier-Farben-Modells der Persönlichkeit. Dieses Modell geht auf den Psychologen Carl Gustav Jung zurück und beschäftigt sich mit unterschiedlichen Verhaltenspräferenzen von Menschen. Es hilft uns dabei, uns selbst und andere besser zu verstehen. Dadurch können wir unsere eigenen Wahrnehmungs- und Verhaltenspräferenzen reflektieren und uns der Wirkung unseres eigenen Verhaltens auf andere bewusst werden. Konflikten kann somit vorgebeugt werden. Das Modell lässt uns die Präferenzen des Gegenübers erkennen und in unserem Handeln berücksichtigen. Führungsverhalten als auch Führungskommunikation können mithilfe des Modells gezielt erweitert werden. Wie kann ich durch das Modell erkennen, welcher Typ ich bin und welche Typen meine Mitmenschen sind? Um uns und unser gegenüber einzuordnen, nutzt das Modell zwei Dimensionen. Zum einen die Dimension extravertiert, introvertiert. Zum anderen die Dimension rational, emotional. Die Dimension extravertiert, introvertiert beschreibt die Art, wie wir auf unsere äußere und innere Erfahrungswelt reagieren. Introvertierte Personen verhalten sich ruhig, zurückhaltend, nachdenklich und beobachtend. Extrovertierte Personen erscheinen eher gesprächig und gesellig, sich einbringend und auffällig. Die Dimension rational-emotional beschreibt die Art, wie wir unsere Entscheidungen treffen. Eine rationale Person trifft eher sachlich-fachliche Entscheidungen. Eine emotionale Person trifft Entscheidungen eher gefühlsbegleitet und beziehungsbezogen. Anhand dieser Dimensionen ergeben sich vier übergeordnete Persönlichkeitstypen mit unterschiedlichen Verhaltenspräferenzen. Diesen werden im Modell unterschiedliche Farben zugeordnet. Je stärker eine Verhaltenspräferenz bei einer Person ausgeprägt ist, desto leichter lässt sie sich den Farbausprägungen zuordnen. Generell zeichnen uns Menschen mehrere Farbanteile und somit Verhaltenspräferenzen aus. Meist können wir aber durch die für eine Person typischen Verhaltensweisen deren am stärksten ausgeprägte Farbe erkennen, sozusagen deren Erstfarbe. Jochen ist ein roter Typ, der Macher oder Umsetzer. Ihn zeichnet eine hohe Zielorientierung aus. Er ist rasch entschlossen, schnell ungeduldig und mag es, Dinge zu veranlassen. Emma ist die expressive oder überzeugende. Sie ist ein gelber Typ. Dieser Typ ist sehr begeisterungsfähig, ideenreich, umgänglich und offen. Silke ist durch ihre grüne Ausprägung ein Teamplayer oder der verbindliche Typ. Sie ist teamorientiert, achtsam und sorgfältig. Ihr ist ein harmonisches Miteinander sehr wichtig. Mike ist der Analytiker oder der Denker. Er ist ein blauer Typ. Ihn kennzeichnet eine hohe Aufgabenorientierung und Objektivität. Er ist äußerst nachdenklich, vorsichtig, ruhig und präzise. Sie haben jetzt einen kleinen Einblick in die Verhaltenspräferenzen der vier Typen bekommen. Dies ist jedoch nur ein winziger Ausschnitt des Modells. Nutzen Sie das 4-Farben-Modell und erfahren Sie mehr über weitere Verhaltenspräferenzen und deren Auswirkungen, Ihren persönlichen Farbtypen, Ihre Wirkung auf andere, Stärken und Schwächen sowie typische Kommunikationsmuster und Reaktionen auf Stress. Lernen Sie außerdem, wie Sie die unterschiedlichen Typen in Verkaufsgesprächen überzeugen können und welche Anforderungen Sie an eine gute Führung stellen. Finden Sie heraus, welcher Typ Sie sind. Untertitelung des ZDF für funk, 2017